Der syrische Fußballmeister wird in einer sogenannten Profiliga ermittelt. Diese wird seit 1966 67. ausgespielt, allerdings wurde zwischen 1970 und 1981 die Meisterschaft fünfmal abgebrochen oder abgesagt. Rekordmeister des Landes ist Al-Jajj. Modus Bis zur Saison 2010-Elfte, die infolge des syrischen Bürgerkrieges abgebrochen wurde, nahmen 14 Vereine an der Liga teil, die in Hin- und Rückspielen gegeneinander antraten. Der Erstplatzierte nach den 26 Spieltagen wurde syrischer Meister, sofern er mit dem Tabellenzweitenpunkt gleich war. Folgte ein Entscheidungsspiel um die syrische Meisterschaft. Die beiden Tabellenletzten stiegen in die zweite syrische Liga ab. Seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs zur Saison 2011-12 Till wurde jede Spielzeit in einem leicht unterschiedlichen Modus ausgetragen. In der laufenden Saison 2014-15 Till spielen 18 Vereine aufgeteilt in zwei Gruppen A9-Mannschaften in der ersten Liga. Die jeweils drei bestplatzierten Mannschaften einer Gruppe qualifizieren sich für eine Meisterschafts-10-Runde. Während die auf den letzten beiden Plätzen einer Gruppe liegenden Vereine in die zweite Liga absteigen. Vereine der Saison 2014-15 Till Bisherige Meister 1971, 1972, 1974, 1970, 1978, 1981 und 2011 wurde kein Meister ermittelt. Ausschreitungen im Frühjahr 2004 Am 12. März 2004 kam es in der Stadt Al-Kamishli am Rande der Begegnung zwischen Al-Djihad und Al-Fatouwa zu Ausschreitungen, bei denen nach offiziellen Angaben 14 Menschen ums Leben kamen. Vorausgegangen waren Provokationen der Fatouwa-Fans, über die bekannt ist, dass sie den irakischen Diktator Saddam Hussein verehren bzw. mit ihm sympathisieren, gegen die zum großen Teil kurdischen Bevölkerung der Stadt Al-Kamishli. Durch ihre kurdenfeindliche Parolen sowie dem Hochhalten von Bildern des gestürzten irakischen Diktators, haben die Fatouwa-Fans für große Wut bei den Anhängern von Al-Djihad gesorgt. Als die Fatouwa-Fans, darunter auch viele bewaffnete Hooligans, die die Stadionkontrollen einfach passieren durften und dann das Stadion einige Minuten vor an Pfiff betraten, kam es zu Tumulten. Nachdem auf beiden Seiten Parolen skandiert wurden, wie Z.B. tot den Kurden, flogen sogar Steine und Sitze. Eine Massenpanik brach aus. Ein Reporter des syrischen Rundfunks hatte im Radio erwähnt, drei Kinder seien tot getreten worden. Dies stellte sich aber im Nachhinein als Falschmeldung heraus. Weiterhin attackierten kurdische Hooligans die Fatouwa-Fans. Der Polizei gelang es, beide Gruppen auseinanderzubringen. Im weiteren Verlauf des Tages kam es zu Straßenkrawallen. Sieben Kurden wurden von Sicherheitskräften erschossen. Das Spiel wurde abgesagt. Im weiteren Verlauf des Monats März kam es außerdem zu Aufständen der kurdischen Bevölkerung in ganz Syrien. Die meist in Straßenschlachten gipfelten. Eine Befriedung der kurdischen Gruppierungen mit Regierung und Militär wurde erst Anfang April erreicht. Seitdem darf Al-Jihad seine Heimspiele nicht im eigenen Stadion austragen, sondern muss auf das Stadion in der 70 Kilometer von Al-Kamishli entfernten Stadt Al-Hasaka ausweichen. Das Verbot wurde durch die dortigen politischen Sicherheitsbehörden angeordnet. Der Arabische-Syrische Fußballverband schweigt bislang dazu, obwohl die Statuten der FIFA die Einmischung der Politik eindeutig untersagen. Siehe auch. Liste der höchsten nationalen Fußballspielklassen